Moin Moin, willkommen zurück zu der neuen Runde Apex. Ich habe hier wirklich nicht mal mit dem Sieg gerechnet oder dass wir die Anfangszeit überleben. Wir waren die letzten am Boden, drei, vier andere Squads vor uns, die sich um denselben Loot geprügelt haben. Ich war ein bisschen angefressen, weil wir so schlecht geflogen sind. Hat aber im Nachhinein echt viel Bock gemacht. Schaut es euch gerne an, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis denn. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Feuer! Erster Treffer beim Feind. Ich habe einen Feind aus den Knie. Ich wurde angeschossen. Nice. Eine meiner Wunden. Ich verblute. Feind, direkt hier. Schieße. Ich lasse mal nach. Auf zu pingen. Feind ausgeschaltet. Wie viele? Also da oben auf dem Haus. Gibt es zwei unter mir. Okay. Okay. Entdeckt! Werte beschossen! Ich kümmere mich um dich! Schild ist aktiv! Gut aufgepasst! Komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein! Absohn! Hey Droh! Wir haben jetzt nur Gehlspitzen weiter! Das ist das Abzeichen unseres Kameraden! Wir sollten es mitnehmen! Augen auf den neuen Kehlspitzenreiter! Keine Sorge! Ich hab das Abzeichen unseres Squad Kameraden! Bist du überhaupt was? Kommt mit dem G7! 45! Bring es nicht in der Nähe! Ich kenne meinen Schild, nur eine Aufladung! Moment! Ich weiß nicht wo die sind! Da rechts! Feindkontakt! Ich glaube einer kommt hier drinnen, oder? Ja! Bist du beschossen! Lade nach! Lade nach! Feind am Boden! Kommt noch einer! Hier oben! Mach doch nicht auf! Das ist eine Energiewaffe du Trudel! Nachnamen! Ich sehe aus der Karte, dass der Ring sich bewegt! Da haben wir mal gefliegt woanders sind! Pass auf da vorne! Holt ihr die blaue Rüstung von dem! Ich hab einen Gegner erledigt! Nur ein Kratzer! Sekunde! Jetzt muss ich im Phoenix gibt's verschwinden, weil ich sonst keiner muss. Hört ihr das? Da kommt ein Care-Paket angefangen! Ich brauch Hilfe! Ohl dir, hol dir, hol dir! Nein, kannst du mich kurz? Keine Sorge! Ich bin hier! Danke! Das war ein Killspitzenrat! Alles gut! Ist nur ne Fleischwunder! Lade nach! Ey, hast du jetzt die... Wo ist die blaue Rüstung hin? Die hab ich nicht! Ach, die hab ich schon! Manchmal wird mir das nicht angezeigt, dass ich die genommen hab! Na gut! Hier ist eine R99! Hab ich schon, danke! Okay, perfekt! Hat der sonst noch was? Ja! Und los geht's! Gehen wir da lang! Hab's gehört! Okay, okay, okay! Scannen nach dem nächsten Ring! Seht auf eure Mini-Karte! Lust auf ne Seilrutsche? Also ich schon! Höchst rechts ne Gibraltar-Ulti! Höchst rechts ne Gibraltar-Ulti! Ich bin der Hauptspitzenreiter mein Freund! Denfalls ist das der Plan! Okay! Ich versuche ein Lifeline Paket an! Ich hab mir ein mit einem neuen Teil herausgehebt! Ich hab direkt hier ein erweitertes Energie Magazin. Stufe 3! Ich bin die Luftgeist! Ich bin hier ein erweitertes Energie Magazin. 140 weg nicht das lila bitte das perfekt aber die wird wahrscheinlich ich habe immer noch eine efe in der hand ich würde gerne tauschen erkunden wir diesen weg das hatte ich auch nur noch da und schild drin eigentlich ja sollt das muss schneller gehen sprinte doch mal der ist fast weg der schilder noch sehr nice gegner ist einfach weg schwere 0 hier ist jetzt jetzt aber nur noch 18 schuss vielleicht gibt es da lang was gutes das ist hoffentlich du hier ist noch ein blauer rucksack falls ja noch keiner hat stufe 2 da unten ja das ist die race da unten ganz sicher ja kann auch mal versuchen wir hier von oben in den kopf zu schießen dass du durchs dach schießt ach man alter wie ist das jetzt passiert ich habe jetzt nur eine korrekte granate da reingeballert auf der zipline auf dem weg dahin ja ich weiß ich hätte den rucksack nicht nehmen sollen stefan hätten sich unter den nagel gerissen und die runde wäre vielleicht ein bisschen anders gelaufen aber ich meine das endergebnis zählt von daher kann man zwar verzeihen denke ich ok los 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 ist noch ein respawn wegen im dingens also wir wissen wo die squads sind links neben uns sind zwei squads rechts neben uns wird ein squad gerade wieder geholt da unten ist einer ziel da drüben bereit machen bereit machen Zeit für die seilrutsche holst du den hinten sollst du ich mache ich mache ich mache ich mache ich mache ich mache ja lass mal hier rein wieder f*** f*** Feind eliminiert. Gut, Herr Kiel. Ich... Ich lad mal nach. Feind ausgeschaltet. Gut, Herr Kiel. Hier entlang. Gehen wir. Hat er wieder alles? Hier ist ein Körner-Shit. Stufe 3. Eigentlich ja. Gegner hier. Gibt er auch. Ey. Oh Gott, ey. Ich wurde ausgeschaltet. Ich wurde getroffen. Sehr gut. Wir haben den kompletten Squad erledigt. Schöner Kiel. Premier. Nur noch zwei anderes... Nein. Bei dir sind welche? Muss nachladen. Wir sind jetzt in der Feuerwehr. Ich esse dir den Rücken frei. Und tot. Auch gut. Ich lad mal nach. Ich lad mal nach. Ich lad mal nach. Aber sie hat mich. Kommt weiter. Sehr gut. Wir haben den kompletten Squad erledigt. Was für ein Kiel. Sie mani Fink. Bombe. Nur noch ein Squad übrig. Hat die Lifeline gerade gesagt. Bombe. Nur noch ein Squad übrig. Der Rücken weg dich. Der Rücken weg dich. Komm mir mal meine Marke ein. Jo. Für welches Abzeichen denn? Ciao umbremst. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Ich habe das Abzeichen unseres Teamkameradens. Erkunden wir diesen Feind da drüben. Stopp in der Zone. Kontakt mit Gegner. Meine Wunden. Wieso leben die denn noch? Ich dachte der Zone zieht jetzt einen Tiefel oder so. Komm hau ab hier. Wo ist der? Komm hoch hier Kollege. Bitte. Puh. Nice. Ah sehr schön. Ihr seid die Apex Champions. Nice. Hat er Bock gemacht. 14. Fast 2. Komm. Chillig. 2 in den Pass auf dem